wunderschönen hallöchen wir spielen zum ersten mal ein pures gold mit dem an ihm dazu der ist gerade wie nun und der hat irgendwie nur Probleme bzw muss was organisieren und ja ich bin echt super gespannt auf diesen modus zum ersten mal spiel ich den modus und man spielt ich spiel halt im duo und ja mal gucken was hier abgeht ich bin echt sehr gespannt es gibt hier nur goldene waffe Leute die für die SS nicht wissen und ich bin mega gespannt Aua Trottel ähm war das mal ein paar